einen wunderschönen guten armen mein name ist sie aus dem krypto kaffee ich bin neuer krypto trainer und meine spezialität ist es für euch informatives entertainment zu bringen definitiv keine finanzberatung so heute eine folge komplett um die fall ja und zwar es sind einige neue protokolle auf abitum erschienen und inwiefern man diese miteinander kombinieren kann das ist ja dieses die fall ego wie man bezeichnet dass man aufeinander bauen kann die unterschiedliche protokolle das wollte ich mir für euch mal angucken und legen wir los also es geht um die protokolle gmx bluetooth download star und ein bisschen am rande des vendor fall ja und das erste ist natürlich was ist die verlegung das heißt man nimmt unterschiedliche protokolle in dem fall haben wir vier protokolle insgesamt die aufeinander aufbauen hat den vorteil ja das eben diese kapitaleffizienz erhöht erhöht werden kann ja typischerweise ich meine ganz einfach beispiel man kann so eine auf arbeit einmal 1000 dollar hinterlegen ja das money market das ist immer der fundamentale baustein von lego und leitet sich mal 500 dollar damit aus ja die 500 dollar kann man irgendwo farben und das war's da hat man praktisch 50 prozentige kapitaleffizienz das heißt mit den 500 dollar wenn ich dann mal irgendwo anders 100 prozent apple käme er hätte ich insgesamt 50 prozent umgerechnet auf meinen 100 prozent auf meine 100 dollar die ich als startkapital habe und aber wenn ich nicht das geld wo ich woanders farme ja noch mal irgendwie anlegen könnte steigere ich ebenso mit diese kapitaleffizienz und die geringe der vorteil warum man eben mehr im protokolle nimmt der oder jedes protokoll sich auf ein bestimmtes thema spezialisiert ist natürlich dass ein ein protokoll für sich nicht viel komplexes machen machen muss ja das hat eben den vorteil beziehungsweise auch gleichzeitig den nachteil dass eben ihr wisst ja wenn ein protokoll einmal ausgerollt ist mit ihrem smart contract und so weiter aber wenn da natürlich fehler drin sind ist natürlich eine ultra blöd weil ein upgrade zu einer veränderung von solchen smart contract immer einen riesen haufen arbeit mit sich führt ja und man muss dann die ganzen pools und alles migrieren und das ist einfach nur kopfschmerzen ja das heißt deswegen ist es eben für die protokolle in der entwicklung viel einfacher wenn sie sich nur auf eine sache konzentrieren ja vor allem weil eben dafür schon muster gibt ja meistens auf github ja von bestimmten projekten die schon lange existieren die schon geauditet sind und sehr etabliert sind ja wenn daran gleich mal ganz wenig verändern muss dann ist die gefahr dass man das ganze gleich mal an der stelle kaputt macht oder so ja auch kleiner und hat aber den nach also der vorteil sein man hat nicht als ein einziges riesen projekt damit sehr sehr viele unterschiedliche funktionen ein single point of failure aber der nachteil ist natürlich wenn man mehr projekte hat ja die aufeinander aufbauen ist natürlich so dass die kommunikation zwischen den projekten unterschiedlichen teams gut laufen muss ja ich habe das jetzt so eine art ähnlich erfahrung gemacht letztes jahr ja das war noch sehr sehr am anfang von defy gewesen ja das war nämlich der dieser autofarm das auf anderen protokolle aufgebaut hat ja und das andere protokolle hat bei sich einfach die vielstruktur von heute auf morgen geändert ja die haben es angekündigt aber der autofarm hat ihm nicht darauf reagiert ja auch die ankündigung da hat nur das andere protokoll einfach seine vielstruktur umgestellt und da der autofarm bei autofarm im hintergrund ständig wieder immer wieder compound hat konnte man tatsächlich in den farben minus farben das heißt man hat verluste erlitten dadurch dass der smart contract sich nicht darauf angepasst hat und das ist eben der nachteil bei so und die verlegung und wir haben die mx bluetooth dauern wenn noch frei so weiß ich habe ich vergessen dazu noch das lot da ja gmx kennen wir habe ich auch mehrere video extra dazu schon gemacht werde ich euch unten noch mal verlinken ja ist einfach die bekannteste dezentralisierte trading plattform hat aber für die field farmer wie mich ja den vorteil dass man praktisch einfach sein geld dort reinstecken kann die nur art basket ein korb von unterschiedlichen assets ca 50 prozent stable coin 50 prozent blue chips und man ist sozusagen das casino ja und die zocker die trader an der stelle die zocken gegen das casino all gegen euren geld ja wenn ihr dort damit fahren und langfristig gesehen ja verlieren eben die trader immer und das ist nur gmx sein praktisch die umverteilung des geldes gmx hat bislang ziemlich gut funktioniert und muss aber nicht heißen dass es immer so weitergelaufen bei bluetooth dau das ist ein neues projekt was noch nicht so lange da ist ja genauso wie alle anderen auch und zwar baut bei und bauen ja drauf dass man praktisch den gp token von gmx hat den mann eben bislang nichts anderes machen weil ihr tausend dollar in gp reinsteckt ja ist das maximum was ihr da verdienen können eben diese 10 bis 30 prozent rendite die das casino an der stelle für euch praktisch ja verdient ansonsten aber ist das geld einfach liegt es einfach brach da ja das heißt damit kann man nichts mehr anderes machen und plus auch nimmt eben die an dieser stelle den gp token ja erstens aggregiert ist für euch ja dass man eben nicht selber immer diese auto compounding und aus kassieren muss ja sondern die man das im hintergrund haben hat den vorteil dass die an der stelle praktisch ihren treasury aufbauen kann mit den gmx token ja und damit eben noch mal höhere rendite generieren kann auf lange frist hat den vorteil für euch ja dass ihr praktisch euch die ganze arbeit ersparen kann täglich oder alle zwei tage einmal selber dieser zinsen zu compounden und das dritte wenn du frei das habe ich auch in extra in sendung schon mal vorgestellt werde ich euch und auch noch mal verlinken das ist ein p2p lending plattform so was kann man sich vorstellen wie aber ein money market wo man aber keine zentrale stelle also das protokoll ist an der stelle nicht nicht die bank ja die praktisch die wechselwährung wechseltoken was man gegen etwas hinterlegen und auslegen klein kann sondern das stellt nur einfach eine plattform bereit und jeder kann ich könnte auch dort hingehen ja und sagt okay na gib mir diesen token und ich leide ihr dafür dann den anderen token ja das ist deswegen p2p wie ich leide ihr geld du leist mir geld ja ohne die plattform und man kann selber die laufzeit und die rendite und so weiter als einstellen das heißt man kann da auch eine exotische kombination dort vorfinden ist nicht so verbreitet aktuell ja die volumen sind sehr sehr gering aber das nichtsdestotrotz sehe ich das trotzdem praktisch in den nächsten nächste zeit wenn es sich gut entwickelt auch was die volumen angeht nach oben kommen können so das letzte ist natürlich das lotstar das ist auch vor kurzem gelauncht der und muss man auch an der stelle sehen als sehr sehr junges protokoll hat aber eine genauer einsetzt genau dort an wo ich auch selbst darüber berichtet habe dass man den gp token bislang nicht wirklich effektiv ausnutzen kann und zwar bieten die hier aktuell tatsächlich das was man was noch fehlt nämlich dass man den gp bis also im prv gp von bluetooth ja nochmal neu anlegen kann und dagegen sich tatsächlich wie im richtigen money market geld wieder ausleihen kann ja das heißt man hat man hat hier an der stelle praktisch diesen kreis geschlossen dass man das zirkulieren kann ja durch das looping eben den leverage auf den gp token anbringen kann so gehen wir mal kurz in die einzelnen dinge an also bei gp ja von gmx ist natürlich ne man steigt geld rein ob das ist oder ist die bekommen sonst was ist aber da automatisch umverteilt auf diese 50 50 ja in dem korb von gp und man nimmt den kursbewegungen reduziert mit das heißt wenn der ganze markt natürlich an der open pumpt ja dann wäre es natürlich so dass man den nicht komplett mitnehmen den kursbewegungen nur so 50 prozent ja dafür bekommt ihr halt dieser 10 bis 30 prozent rendite als casino und das risiko ist eben das haus ja das heißt wenn die zocker jetzt plötzlich eine extrem gut werden ja wird man eben auch nur über kurzfristige zeit viel verlieren können ja über den gp token und man muss natürlich regelmäßig die rendite um auf eine höhere maximal zinsen zu kommen ja regelmäßig die rendite auskassieren oder wieder auto compound so das zweite ist natürlich plus dauert da kann man einfach gesehen als aggregator für anderen protokolle also nicht nur für gp ja dann auch jones dauert ja auf spier ex und auf top ex der top ex ist das options protokoll auf arbitrum auch relativ gut etabliert spier ex habe ich auch extra explizit in der sendung vorgestellt ist eine native stable coin ja auf arbitrum und jones dauert auch noch mal ein protokoll was auch selbst auf andere aufbaut und eben zuletzt diese gp und das ist das was uns an dieser stelle interessiert und den gp token kann man bei plus taus eben hinterlegen und bekämen dafür dem plv als bluetooth sauer volt von gp token ja und das sind aktuell das noch nicht ganz voll denkt rein wenn es voll ist dann kann man eben nicht mehr rein ja diese umtauschen und aktuell sind circa 75 prozent 7,5 millionen von maximal zehn millionen ihr seht schon jetzt ist ziemlich klein die grenze und der plv gp an token an der stelle ist so ähnlich wie 200 dieses wonderland und time token und so weiter das heißt man hat hier ein sozusagen ein ja kann man so ein paket sich vorstellen ja und da drin ist das gp ich sag nur bei dem anderen habe ich immer dieses gedanken modell gesagt ja das was geparkt ist ist praktisch wie euer bankkonto ja das heißt das geld da drin im bankkonto das vermehrt sich aber das konto selbst ist einfach immer nur eins alles heißt da verändert sich nicht und der vorteil ist natürlich nur was den steuerlichen aspekt angeht ja das ist wie eine aktie ja die man auf der hand hat da oder im depot hat das ist das bleibt immer eine aktie aber im hintergrund durch die wiederverzinsung in der aktie selbst steigt immer über die zeit die der wert von der aktie ja und das ist eben diese plv gp vermehrt sich nicht in der anzahl ja wenn ihr den in eurem wallet habt aber der wert steigert sich ständig weil die zucker zehn bis drei prozent zinsen von gp automatisch dort hineinfließt und und die haben jetzt auch ihre eigenen token natürlich eine pls token die die euch zusätzlich als liquidity mining anbieten das heißt statt wenn ihr nicht dass die die verlegung gehen wollt sondern einfach nur das binding wollt dann könnt ihr natürlich auch den plv gp token einfach bei bluetooth dauer hinterlegen und staken ja und bekommt dafür noch mal 15 prozent obendrauf in form von ihren eigenen trocken ja alles ein reiner farming token denkt dran das ist ganz wichtig ja das ist nicht so schnell rein schnell raus weil die neben zwei prozent ausstiegsgebühr ja das heißt um die natürlich zu erwirtschaften sollte man schon mal mit paar wochen mindestens rechnen womit man dort hineingeht und eine kleine management fee das heißt von den gp rewards ja was die gleich mal wenn die 20 prozent abwerfen davon bei gmx würde man theoretisch 18 prozent an euch weitergeben und zwei prozent selber nehmen so wenn noch frei ja wie gesagt dass p2p landing so ähnlich wie aber ja um fester apr das ist ähnlich wie aber da kann man ja auswählen nach flexibel und fest das heißt man kann für sich selbst aus von vornherein aus ausrechnen wie viel geld man zahlt und ich will zinsen man verdient wenn man selber darlegen vergibt und plv gp seit kurzem dort auch als kollateral da wenn ich der date anguckt das sind 45 pools drin der der kleine ja die rendite die zins die man dort zu zahlen hatte sehr hoch ja und man kann dagegen tatsächlich aktuell auch nur stable coins ausleihen und nichts anderes und ja und die ausleihzinsen sind aktuell bei 20 prozent also nicht wirklich nutzbar für diese ganze geschichte aber wie gesagt mit der verbreitung kann sich das auch noch ändern und das letzte die lot star ja es money market ist ein compound fork haben die compound ist ja sehr bekannt und sehr sehr altes protokoll das heißt ist ziemlich sicher an der stelle als compound nicht das los da die haben ist ja modifiziert und die haben an der stelle auch nicht nur die blut chips ja sondern auch eine stable coins und eben diese zusätzlichen arbeit von token an der stelle nicht nur also top ex dpx ja dem magic token das ist aus diesem magic nft ökosystem und natürlich nach vom brutus dauern pv gp als also als sicherheit als auch darlegen kann man beides auf beiden seiten nehmen und dadurch dass man eben das machen kann kann man eben dieses looping verfahren anwenden und man hat aktuell sehr sehr hohen ltv ja ich finde es schon fast grenzwertig gefährlich aber gut vielleicht ja will der ein oder andere ziemlich auf dj mode gehen und man musste beachten die wir die hatten in den letzten tagen auch bugs gehabt ja auf der oberfläche wodurch die alles pausiert haben ja also nur die oberfläche und die pools und dann haben die das heute wieder fortgesetzt das ganze ja daran kann man sehen sehr junges protokoll und die looping ja wie würde man theoretisch an der stelle vorgehen man würde ganz normal auf gmx ja den in die gmp gp pool reingehen ob man das mit bitcoin mit ism oder stable coin macht das jedem selbst überlassen und darauf bekäme man diese 15 je nachdem ja wie der markt eben gerade ist wie das casino gut läuft oder schlecht läuft ja irgendwo zwischen 10 und 30 prozent das ist so die historische kurs ja apr denkt daran dass was auf der seite euch angezeigt wird da ist die rendite von der letzten woche nur nicht die aktuelle denn die berechnet ist einmal die woche und danach muss man 15 minuten warten das ist einfach ein smart contract hinterlegt das heißt in den ersten 15 minuten kann man nichts machen aber nach 15 minuten kann man auf bluetooth dauer gehen ja und ein gp token in diesem pfgp umwandeln ja denkt dran wenn ihr weiter lupen wollte ja nicht staken aber ihr steigt dann könnt ihr natürlich nicht mehr damit etwas anders machen und dann als drittes könnt ihr da auch not sagen ja diesen pfgp token den ihr habt dort hinterlegen als sicherheit der vorteil ist habe ja gerade gesagt da drin akkumuliert sich ja diese zinsen ja ständig das heißt theoretisch ja wenn wir davon ausgehen dass der gp token sehr sehr konstant bleibt da ich mal bei 1 hat man an der stelle auf der sicherheit seite einen wert der ganz langsam von selbst nach oben wächst ja das heißt die gefahr dass man liquidiert wird an der stelle wenn man davon ausgehen dass alles gleich bleibt ist sehr sehr gering aber wenn natürlich der markt abstürzt da und dann ist natürlich was anderes so und je nachdem wie man auf ein praktisch nur was den markt angeht der eingestellt ist ob man eher bullisch oder bärisch eingestellt ist da kann man wenn man sage ich mal ich bin bärisch eingestellt für die nächste zeit da kann man statt stable koin sich dagegen bitcoin oder die serien ausleihen ja und das ganze steckt man dann wieder bei gmx rein ja wieder in den gp pool geht ihm wieder auf bluetooth dauer macht wieder das ganze und dann legt man das wieder auf lots dahinter das ist praktisch der zweite zweiter gang und wenn ich mal auf dem markt insgesamt bullisch eingestellt ist ja kann man eben das auch andersrum zirkulieren das heißt man leitet sich gegen die plv gp die man hinterlegt hat den usc aus ja steckt das usc wieder in gp hinein und das ganze ja auch wieder hat zirkulieren und dieses das was man sich ausgeliehen hat und in gp steckt das kann man sich so vorstellen wie eine 50 50 umtauschen das heißt wenn ich da mal 1000 dollar bitcoin ausgeliehen habe und in gp rein stecke weil in gp eben die 50 prozent stable koin anteil drin sind wäre das könnte man sich vorstellen wie wenn ich tausche die hälfte von dem mit mein was wenn ich an bitcoin gekauft habe ja gegen stable koin um und fahren wir damit weiter und das ist eben der punkt wodurch diese risiko theoretisch ja reduziert wird ja sowohl nach oben als auch nach unten aber natürlich durch das loopen ja dann wieder nach oben multipliziert das heißt man kommt am ende ein p mal daumen auf das gleiche raus nur mit dem größten vorteil ja das durch das looping natürlich man viel höheren apple bekommt ja praktisch das was man auf gp bekäme ja gucken muss gleich ein da gibt es später noch rechnen dazu und das ganze ist auch der grund warum ich dort nicht drin bin ja ich werde das aber definitiv beobachten für euch das ganze ist sehr sehr viel smart contract risiko ja wir haben drei unterschieden projekte mindestens ja die man an der stelle als smart contract risiko ausgesetzt ist ja und vor allem auch fehlende audits ja das ist gmx ist sehr gut auch geauditet ja und die haben auch als einziges protokoll auf immunfrei laufendes dieses bonus verfahren das heißt jeder kann sich die seinen smart contract angucken und wenn da fehler drin ist kann man reporten und dafür nur geld bekommen aber alle anderen haben da gar nichts ja und der positions aufbau ist ein abbau ist eben über die drei vier schritte sehr aufwendig da das heißt wenn das einmal man sein position ab wieder abbauen möchte ja muss man natürlich über mehreren schritten gehen und das ja das heißt rückwärts das ganze ist nicht so einfach und das dritte ist natürlich kursschwankungen ja beim farming trocken das heißt wir haben an der stelle bei gp ja einmal den drucken den gmx token der praktisch als rewards ausgeschüttet wird er aber ein mistake der form und wir haben an bei bluetooth da wieder auch das problem der dass der aggregator eben da drauf läuft aber was auch gmx ist das heißt wenn natürlich auch gmx die rendite plötzlich fällt er aus irgendeinem grund wird es natürlich auch aggregiert ja und wir haben dann zusätzlich dann als letztes auf dem lotter der lotter schüttet ja auch seine eigene trocken aus als bonus ja weswegen man eben auf diese hohe rendite käme ja wenn das ganze lupt und das ist natürlich ja auch ein risiko was das farme angeht das heißt das kann von plus 100 prozent auch für heute auf morgen manchmal schlecht geht ja auch null prozent fallen und das nächste ist natürlich der gp kursrisiko wir haben da schon der einen oder anderen fall gehabt ja wo die leute versucht haben und der eine oder andere wahl versucht hat den kurs zu manipulieren und daraus eine entsprechende rendite gefahren haben das heißt rendite von wahl es sind natürlich dann verluste von gp halter ja und durch das loop kann sich natürlich dieser effekt auch verstärken und das letzte ist natürlich das money market risiko ja was man definitiv nicht vernachlässigen kann sein los da ist das ist auch der 1 der größten gründe los da das ist das schlüsselelement aber auch das größte risiko von dem ganzen weil natürlich sehr kleines money market das heißt die liquidität ist so dünn da könnten einfach irgendjemand hingehen mit einem minimalen paar millionen noch nicht mal ein paar hundert und kann das ganze komplett ins schwanken bringen und das ist alles gewesen die links werde ich wie gesagt euch unten alles posten und jetzt gucken muss man ganz kurz die protokolle an so 1 vorab das ist ein rechner ja von bluetooth da zu heiße von nicht von bloß von von lodestar team bereitgestellt ja das ist natürlich alles sehr schön gerechnet das ist nur lese seite das heißt ihr müsst das einmal unter datei speichern ja eine kopie erstellen und dann könnt ihr auch nämlich die werte hier drin verändern ja die die gehen jetzt mal von maximal 80 prozent das ist praktisch diese ausleihlimit aus ja und dann könnte man theoretisch sag ich mal bei zwei loops schon auf 85 prozent rendite kommen ja wie gesagt da werdet ihr niemals hinkommen bei zwei loops ja und ich würde wenn überhaupt 50 oder 60 prozent loan to value gehen ja und man kann jetzt mal sehen bei drei loops vier loops oder fünf loops auf über 100 prozent ja und ja werde ich euch unten auch verlinken das erste ja gmx kennt ihr habe ich erwähnt denkt daran die rendite die hier angezeigt ist das von der letzte woche ja zweites bluetooth dauert das heißt das heißt wenn ihr hier drin seid ihr müsst ihr den jp token nach 15 minuten könnt ihr hier am anfang müsst ihr einmal hier einmal rufen also freigeben ja dass die euren token benutzen dürfte und hier unten auch und dann könnt ihr euren glp token wenn ihr habt ja hier reinstecken auf die poste drücken dann hat dadurch habt ihr dann automatisch den plv glp wenn ihr später sondern raus wollt ja hier auf der rechten seite das wieder abbauen und wenn ihr sag ich mal jetzt nicht über los da den schritt gehen wollte und einfach sagt ich will hier auch firma bluetooth dauert dann könnt ihr den plv glp token den ihr bekommt hier unten ja in die walls stecken also in die farben stecken ja einfach auf staken gehen und dann bekämen wir eben diese zusätzlich 15 prozent 10 prozent ps ps token emission das geht auch runter mehr zeit ja aktuell weil die sehr relativ weit am anfang sind ist eben die rendite ziemlich hoch auf der ist auf diesen auf diesen pool hier ja weil die auch leute anlocken wollen so und das dritte ist eben los da ja das seht ihr hier ja ist relativ einfache interface von compound wie gesagt gefordert wir haben hier ganz klar diese ganzen normalen token wir haben stable coin wir haben die großen ja bitcoins hier und wenn ihr halt über die api geht ja könnt ihr sehen hier wird tatsächlich nur das finde ich gar nicht mal so schlecht hier wird nur die reine api angezeigt der was auf den token selbst ist wenn ihr aber darauf geht dann könnt ihr sehen ihr seht 7,7 prozent das heißt das ist die netto zinsen die sie euch in dem token selbst aushalten und da oben drauf gibt es aktuell sondern 3,3 prozent bei da ja wenn die als sicherheit hinterlegt und wenn man sage ich mal dagegen drei ausleihen der zahlt mal elf prozent zinsen als zwölf prozent zins fürs ausleihen aber man wird mit knapp fünf prozent die näher eigenen token praktisch bezuschusst und dadurch kann sich eben auch sachen ergeben wie soll das hier ja das hier ja ihr seht für das ausleihen vom pls plv bluetooth da gestecken gp zahlt mal 1,6 prozent zinsen ja aber man kommt 2,8 prozent praktisch als bonus ja eigene trocken ausgezahlt der muss man natürlich nicht abstoßen damit man überhaupt ja diese plus zinsen fürs ausleihen bekäme und da draußen kann natürlich auch der eine und andere sachen sich entwickeln und was man eben machen würde wäre dann bei bluetooth dauert den plv jp nicht hier zum farme reinstecken sondern hierbei bei lotstar als sicherheit hinterlegen ja und sich dagegen entsprechend bullisch auf dem markt ja dann stablecoin ausleihen und das ganze wieder bei gmx reinstecken wenn man bearish eher eingestellt ist oder sag ich mal eher seitwärts sich bewegen der markt dann könnte man eine stadt gleich mal stablecoin sich entweder bitcoin oder ethereum ausleihen je nachdem welche günstiger ist weil das landet ja eh wieder im gmx pool bei gp der pool und ja und kassiert dann praktisch auf der seite das ist eben das was in diesem rechner drin ist die rendite dann kann die zahlen entsprechend anzupassen weil auch die verändern sich ja dieser dieser platz praktisch von lotstar der eigenen bonus token den sie euch bezuschussen mit und ja das war es auch schon entsprechend denkt dran in dem dokumentation von dem protokoller stehen praktisch alle zahlen und wichtigen sachen sollte man sich mal vorher durchgehen und die haben zwar auch teilweise veröffentlichungen kann man sich auch mal durchlesen möchte wohin die gehen wollen mit ihrem roadmap und was sie sich vorgestellt haben das war's von mir ja zum thema die lego auf abitur ist spannend aber zum aktuellen zeitpunkt für mich ja definitiv keins wo ich rein hineingehen werde aber ich bin wie gesagt sehr risiko abgeneigt da gegenüber muss jeder für sich selbst beurteilen das war's aus dem crypto café mein arm sie für euch tschau tschau